Ich lerne Deutsch. Nummer 8624 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Kannst du mir sagen, wie du dieses Foto gemacht hast? Welche Ausrüstung brauchst du dafür? Wir betreiben zusammen mehrere Apotheken in unserer Stadt. Jeden Tag hat einer von uns Nachtdienst. Wir betreiben zusammen mehrere Apotheken in unserer Stadt. Jeden Tag hat einer von uns Nachtdienst. Diesen Hammer habe ich heute im Baumarkt gekauft. Er ist teuer, aber sein Geld wert. Diesen Hammer habe ich heute im Baumarkt gekauft. Er ist teuer, aber sein Geld wert. Ein Mikroskop ist ein besonderes Gerät. Ein Mikroskop ist ein besonderes Gerät, mit dem man ganz kleine Dinge genauer betrachten kann. Die emotionale Entwicklung spielt eine zentrale Rolle für das menschliche Wohlbefinden. Wirf den Abfall nicht einfach auf die Straße, sondern in den Papierkorb. Wirf den Abfall nicht einfach auf die Straße, sondern in den Papierkorb. Lass uns das Bild gemeinsam malen. Lass uns das Bild gemeinsam malen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Lass uns das Bild gemeinsam malen. Auf Wiedersehen. Tja. Vielen Dank.